Hallo Leute, ja, oh ja, das ist ja eine witzige Flamme. Schau mal, schon glied in der Flamme. Wow, sehr gut. Na gut, ja, es geht weiter, wow. Schau, ich schieße nur mit einer Ende. Naja. So. Da ist alles Verschwendung, aber ich werde es alles auf der richtigen Zahl haben. Okay, ich werde jetzt hier einfach mal ein bisschen eine Staff-Mission machen, das seht ihr gleich, was ich meine. Warum nicht die ganzen Gegner besiegen, wenn man einfach durchreden kann. So. Oh ja, ganz schön viele Gegner. Ich stoße es sogar an, merke es nicht. So. Oh oh. Knappel. Paz. Okay, das sind wir jetzt ganz schön weitergekommen. Und ich mache das jetzt einfach ohne, dass ich Kills mache durch. Und dass ich sehr wenige Kills mache. So. Ah, oh. Okay. Ach, es ist mir jetzt auch egal. So. Alles klar. Oh. Mache ich das jetzt am besten? Mache ich das jetzt am besten. So. Ich glaube, der ist tot. Okay. Alles klar zerfetzt. Meine Lieber. Weg. Weg. Oh, wie ist die was schön zerfetzt, ey. So. Dann geht's weiter. Zack. Schnell weiter, weiter weiter. So geht das hin. Mann, da geht's hier. Scheiße, 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 scheiße. Ah, verpiss dich doch. Weg mit euch. Nein. Ah, verdammt. Das hätte ich doch nur gespeichert nochmal. Ja. So. Es gab eine kleine Stressung. Ja, das kennt ihr. So. Und zwar. Jetzt muss ich hier nochmal durch, dummerweise. Oh, komm mal, hier ist es nicht dann vorbei. So. So, in der Face. Jetzt machen wir euch das hier auch ein bisschen besser. Fette Scheiße, wie ich jetzt gehe mir aus dem Weg. Okay. Okay. Na gut, da komme ich jetzt mal nicht drum rum. So schnell. Was? Oh nein, ich hätte hier speichern sollen. Fuck, ich bin so blöd, ey. Komm, bitte schlagen für meine Dummheit. Ich bin so blöd, das gibt es nicht. Ich bin so blöd, das gibt es nicht. So. Okay. So, weiter geht's jetzt. Da, erstmal speichern, bevor ich hier wieder hingehe. Aua. Was? Ja komm echt, jetzt fick dich. So was? Ey, scheiß Wegerkennung, blödes Drecksteil, echt. Ach, da kommt von beiden Seiten. Jetzt fühle ich mich gleich so ein bisschen verarscht. Geh jetzt, hör, weg einfach und lass mich in Ruhe, ey. Warum hat die so eine scheiß Wegerkennung, diese Bastard-Shit, echt? Zeig zum Maul, Mann. Dauert uns auch was zu holen. So, wie mache ich das jetzt am besten? Das macht zu wenig Schaden, das dauert zu lang. Das macht das selber Schaden, das doch. Oh, das gibt das doch nicht, ihr scheiß Fotzen. Fuck, nochmal. Oh, das mache ich jetzt nochmal. Okay. Ich hab's gerade nicht nötig, wie für den noch zu boxen. Ach so. Äh, jetzt schaff ich's aber, jetzt schaff ich's aber. Oh, wie fehl ich halt dran, Mann. Das gibt es doch nicht. Du dumme Schlampe, Mann. Bis dich jetzt, Alter. Hör, 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 hör. So, und jetzt beende ich den Scheiß hier. Äh, kotzt mich das an. Kotzt mich das an, da bin ich auch richtig sauer. Was ist schon wieder eins? Hey, wow. Haha. Das ist mal wieder kurz. Na, warte, ich speichern mal. Mal verstehen. Ich mach gleich aus, ich will jetzt hier nur noch kurz was rausfinden. Ich hab durch das mal gesehen hier. Ich hab's geschafft. Durch das mal an. Ich bin so skilly. So. Alles klar, hab ich geschafft. So, und jetzt geh ich nämlich hier rein. So. Ja. Genau. Ja, aber da das jetzt natürlich, ne. Ich springe jetzt natürlich noch nicht runter, mein Freund, sondern wir machen jetzt einen Schnitt. Und jetzt sind nächste Runde die Nightmare Kampage. Ich hoffe, ihr freut euch schon drauf. Bis dann.